Wo denkst du, bist du gerade? Im Labyrinth. Sieht wohl so aus, als wäre ein Profiler bei dem Mädchen. Ein Profiler? Die versuchen, in ihren Kopf zu gelangen. Dass Samantha Andretti nun gefunden wurde, hast du hier nicht mehr zu suchen. Dein Name ist Samantha Andretti. Sam, du wurdest vor 15 Jahren entführt. In all den Jahren habe ich gelernt, jeder Spur nachzugehen. Kaninchen. Vielleicht ist es an der Zeit, Ihnen jemanden vorzustellen. Banni. Wir müssen herausfinden, woran du dich jetzt erinnerst. Ich weiß, dass ich einen Jungen aufspüren muss. Wieso? Weißt du, er ist nicht nur hier draußen. Er lebt auch in deinem Kopf.